Es ist zwar schon etwas länger her, aber ihr konntet mal in einer Umfrage in meinem Community-Tab abstimmen, zu welchem Land ihr 12 Fakten hören wollt. 77% haben für 12 Fakten über Deutschland abgestimmt, 15% haben für 12 Fakten über Polen abgestimmt. Und deswegen stelle ich euch heute 12 Fakten über Polen vor. Fangen wir auch gleich an mit der Nummer 1. Polen hat die höchste Tier-Fier-Fight in Europa. Polen liegt östlich von Deutschland, nördlich von der Slowakei und Tschechien, westlich von der Ukraine und Weißrussland, westlich von der Ukraine, Weißrussland und Litauen und südlich von einem Teil von Russland und der Ostsee. Polen ist Teil der EU und hat trotzdem den Slotty als Währung. In Polen nehmen über 38,4 Millionen Menschen. In Polen gibt es den Wissenschaftspalast, das ist das höchste Gebäude in Polen. In Polen ist ein zweites Frühstück mit Brot, Wurst, Käse und Gemüse üblich. Polen ist eines der seenreichsten Länder der Welt. In Europa landet Finnland auf Platz Nummer 2. Die polnische Sahara genannt, ist die zweitgrößte Wüste Europas. Nummer 8. In Polen spricht man Polnisch. Polen hat eine Fläche von 312.676 Quadratmeter. Nummer 10. Der Wald bedeckt ungefähr 29% der polnischen Landesfläche. Polen ist das neungrößte Land Europas. Das polnische Alphabet besteht aus 32 Buchstaben. Ich würde mich sehr über ein Like und ein Abo freuen. Schreibt mir mal eure Meinung dazu in die Kommentare und denkt immer daran, sachlich bleiben. Bis zum nächsten Video, bis dann und tschüss. Bis zum nächsten Video, bis dann und tschüss. Bis zum nächsten Video, bis dann und tschüss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017